Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marianne Brenninger und es geht ums Thema Kniegelenke, Training auf dem Minitrampolin, die fünf Übungen, mit denen du jederzeit starten kannst. Seit mehreren Jahren trainiere ich schon mit im Einzel- oder in Gruppenkursen mit Teilnehmerinnen, die schon teilweise seit Jahren keinen Sport mehr gemacht haben, die schon Gelenkersatz, also sprich das Ersatzteillager schon dabei haben und auch schon vielleicht seit Jahren Beschwerden haben. Du musst dir immer vorstellen, wenn es um das Thema Kniegelenk geht und eigentlich ist es bei jedem Gelenk so, dass du eben nicht nur den Fokus auf das Gelenk oder auf das Problem legen solltest, sondern tatsächlich zu überlegen, vielleicht hast du schon ein Thema mit Fußfehlstellungen, immer wieder, dass du mit dem Sprunggelenk umknickst, dass auch mal die Hüfte schmerzt. Der Rücken, den zu trainieren oder auch die Bauchmuskulatur, dass immer Herausforderungen sind und auch die hängen alle zusammen, dass du da dieses Hauptproblem, das Thema mit dem Kniegelenk, mit der Arthrose, nur mehr anders angehen kannst. Denn alle Übungen, die zeige ich dir jetzt gleich, die kannst du auf dem Minitrampolin wirklich alle mit bearbeiten und stärken. Und da kannst du jetzt gleich noch mit agieren, indem du unten reinschreibst, welche der Übungen dir am meisten Spaß gemacht hat auf dem Minitrampolin und du weißt eh, ich schreibe unten drunter nochmal ein paar Anmerkungen, die zu beachten sind. Also wann ist zum Arzt zu gehen, dass du nicht, ich würde, wenn ich schon Themen hätte an deiner Stelle, nicht mit jedem Minitrampolin trainieren, sondern sich zu überlegen, wo kannst du dir wirklich was Gutes tun. Mit dem Bellingcon Minitrampolin, also da unten siehst du auch den Link zu meinem Shop, bist du auf alle Fälle sehr, sehr gut aufgehoben und du weißt, du kannst jederzeit da bei mir anrufen, dich melden und nachfragen, was ist denn drauf zu achten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein, dass ich dir die fünf Übungen zeige, die werden in meinem Mitgliederbereich fürs Online-Training, kannst du dich jederzeit einlinken, da gibst du mir Bescheid oder du buchst dich mal ein, da sind die Übungen für das Knie nochmal im speziellen zwei, drei Trainings, wo du wirklich nochmal fokussiert starten kannst, denn es geht ja darum, am Anfang in kleinen Schritten, in kurzen Einheiten zu starten und dran zu bleiben. Wir legen jetzt los. Mit dem Minitrampolin zu Hause, gelenkschonend arbeiten, rückenschonend arbeiten und der erste Tipp ist, wenn du runter gehst, rückwärts abzusteigen, weniger Aufprall auf deine Gelenke und wenn du ankommst, dann ist die Aufstellung auf dem Trampolin schon mal essentiell und wenn du das Thema hast, zum Beispiel, dass die eher nach innen, nach außen gehen, dass du erstmal spürst, Kontakt zur Matte, Außenkante, Ferse. Das ist mal das Erste und das kann sein, wenn die Fußmuskulatur schwach ist oder auch die Bänder und Sehnen an Sprunggelenk und Knie, dass du immer wieder nach innen kippen wirst. Das heißt, die Trainingseinheiten kürzer gestalten, aber dafür sauber auf dem Trampolin stehen. Umso effektiver trainierst du, das heißt, dieses Thema Zeit verlieren, dieses Gefühl am Anfang, so viel Zeit dafür zu verbrauchen und nicht vorwärts zu kommen, es wird sich auszahlen. Also Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Und das erlebe ich immer wieder in meinen 1 zu 1 Coachings, wo es auch um das Thema dranbleiben, kleine Schritte machen geht. Also diesen Trainingsplan zu sagen, mach bitte nicht mehr, sondern geh weiter vorwärts. Okay, also Außenkante, Ferse und ich gehe mal nach hinten, beziehungsweise bei der Außenkante, Ferse und die Zehen, die sind ganz locker auf dem Trampolin. Und das heißt für dich, dass du erstmal auch die Knie locker und so kannst du schon mit Schwingen anfangen. Hier nochmal Stützmuskulatur aktivieren, das heißt Bauchnabel zieht nach innen, schwingen, jawohl. Und das ist schon mal die erste Übung für dich sozusagen, um zu starten. Okay, zweite Übung. Zweite Übung von fünf. Du stehst mittlerweile stabil auf deinem Trampolin, weißt um diese erste Übung, wie du auf dem Trampolin schwingst, um so effektiv wie möglich zu trainieren. Und jetzt geht zur Seite, hier in eine leichte, wie wenn du dich hinsetzen wollen würdest. Und von da aus geht Außenkante, Außenkante, von Außenkante zu Außenkante und du hast einen Abstand von Knieinnenseite zu Knieinnenseite. Den versuchst du immer im gleichen Abstand zu halten. Also nicht, dass das eine Knie mal mehr mitgeht, sondern ein Gefühl dafür zu kriegen. Und von, es geht darum, hier, Sprunggelenke zu dehnen, zu stabilisieren, die brauchst du, um eine gute Basis auch für deine Knie zu haben. Okay. Schwingen. Wieder auslockern. Du merkst dann auch, das geht auch wirklich hier in die Knie. Und wieder ausschwingen. Kurz die Schultern nach unten ziehen und wieder hoch und runter. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass du wirklich in das Training deiner Knie dieses Schwingen und auch Lockerungsübungen einbauen kannst. Macht viel mehr Spaß, viel mehr Abwechslung. Ja. Okay. Dritte Übung von fünf. Die dritte Übung von fünf. Ein Bein ist dein Standbein. Auch hier wieder stabilisieren. Unten Außenkante, Ferse, Hauptbelastung. Zehenspitzen locker. Arme zur Seite. Hier aktivieren. Tipp vorne an. Mehrere Levels. Du bestimmst. Das heißt, am Anfang, jeder Viertel der Drehung, 90 Grad zur Seite, wieder nach vorne. Und du kannst hier einfach mal Mattenkontakt halten, entlang. Seite vor. Zweites Level. Abheben. Und vor. Und ziehen. Das heißt, hier das Standbein muss aktiv die Balance halten. Auch hier werden gleich mehrere Bereiche aktiviert. Und Locker. Andere Seite. Hochziehen. Oder erstmal Bein stabilisieren zur Seite. Ich löse. Und Locker. Schwingen. Okay. Vierte Übung. Die Füße an den Mattenrand. Und geh mal zur Seite. Knie und Zehenspitzen schauen erstmal nach außen. Und dann, wie wenn du dich hinsetzen wollen würdest, hinsetzen. Hoch. Hier nochmal anspannen. Und dann, tief, hoch. Genau. Ganz locker. Zweites Level hier ist Schwingen. Also im Schwingen tief und hoch. Tief und hoch. Ganz minimal. Also du startest bitte nicht, wenn du das schon länger nicht mehr gemacht hast, dass du tief, hoch, tief. Das ist schon gute Kontrolle über den Körper auf dem Trampolin. Dann geht natürlich tiefer, mehr Spannung. Also die Luft nach oben, also die Luft nach oben, die ist hoch. Okay. Und wieder ausschwingen. Wie gesagt, diese Übungen werden hier angeteasert. In einem Kurzprogramm kannst du über den Mitgliederbereich reinschnuppern, dabei sein, mit trainieren. In live und in Farbe, weil ich habe zweimal in der Woche Live-Trainings, wo du dich über Zoom mit einklinken kannst. Okay. Das war die vierte Übung. Und die letzte Übung sind einfach laufen gehen. Es geht auf den Mini-Trampolin. Und zwar, du bestimmst, ob du lockeres Laufen hier festmachen und hochziehen. Also du bestimmst, wie weit ziehst du die Knie hoch, wie schnell ist die Lauffrequenz. und hier steigerst du dich peu a peu, um hier wieder mehr Stabilität zu erreichen. Für dich gibt es jetzt die letzten zehn Sekunden. Jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, wenn du mitmachst, dein aktuelles Trainings-Level, das du bestimmst, so schnell, so intensiv, wie du magst. Das heißt, es kann dieses Level sein. Es kann auch schneller sein. Und jetzt gibt es jetzt die letzten zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und ankommen, wieder außenkante Ferse. Du ordnest ein, hoch und aus, runter. Nochmal ein und wieder aus. Vielen Dank für dein Dabeisein und Mitmachen. Vielen Dank und mitmachen.